One, two, one, two, three, four. Alright, ich grüße euch. Ich zeige euch heute den Rhythmus Zucki. Der Zucki setzt sich aus Bessen zusammen und aus Tabs. Tabs sind die Schläge, die ihr nicht betont. One, two, three, four. One, two, three. Okay, also ihr habt gemerkt, ihr betont einmal mit der Haupthand und einmal mit der Nebenhand den Bass. Und dabei ist es wichtig, dass der Rhythmus schön so rundeirig ist. Also nicht ganz rund, aber auch nicht ganz eilig, sondern hat so eine eilige Form. Okay, so und jetzt kommen wir noch zu den Betonungen auf der Höhe. Ich mache mal den Rhythmus ein bisschen schneller und ein paar Betonungen dazu. Noch ein bisschen schneller. Und dann kommen wir noch. Das ist natürlich eine Beteiligung. Okay, alright, also das Grundmuster, Zucki, das musst du können und dann kannst du den, nicht erst dann, da kannst du es vorher natürlich auch schon machen, ja, spiel einfach und probier es einfach alles aus, ja, alright, das ist Zucki. Mir persönlich macht es besonders Spaß, wenn ich den schnell spiele, da komme ich gut mit dem Rhythmus zusammen, da kommen wir gut, von der Energie her können wir uns gut austauschen, das ist sicherlich bei jedem anders, also ich werde zum Schluss noch ein bisschen mit Zucki rumspielen, als Inspiration und ich wünsche euch einen schönen Tag, hier ist Ingo Gutmann, ja, haut rein! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.